Willkommen zu der neuen Runde Wermintide. Warhammer Wermintide. Zwei genauer gesagt. Ja, herzlich willkommen. Rechts oder links. Ich glaube rechts geht es sicher. Rechts? Nein, links. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich glaube ich bin noch nie so lange rumgelaufen ohne Gegner in diesem Spiel. Ja, doch. Oh, ich hab's verschrien. Hallo. Und jetzt kommt die K.I. wieder da her und Ron schottet einfach alles. Ja, das ist awesome. Und du auch. Du stehst mich auch die ganze Zeit weich. Ich komm gar nicht hinterher. Schon alles tot bevor ich überhaupt da bin. Ich glaub das war mein erster Töger. Meine Güte. Uhhh. Loll und die K.I. schottet den wieder weg. Ist normal. Was die K.I. machen. Hey, hier sind ein paar Bomben. Was die K.I. schottet den wieder weg. Äh. Äh. Waaah. Gott stand. Ähm. Oh shit. 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 Okay. Ich bin hier ganz allein. Nein. Ja wir haben. Ich hab's glaube ich ganz gut. Der Speer ist wirklich ganz spaßig. Muss ich sagen. Au. Oh. Lecker. Jetzt. Jetzt. Ich bin tot. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Du wirst schon wieder überlegt, oder? Ja. 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 Ich hab irgendwie gedacht das krieg ich besser. Nein. Achso du hast den genommen. Okay. Du brauchst das oder wie? Nö. Aber ich hab grad meins benutzt. Darum wollte ich sie da mitnehmen. Du wirst auch meins benutzen. Weil. Gut. Ich nehm schon mal die Bombe mit. Die Bombe. Die wär echt ganz gut gewesen jetzt. Hm. Wir sind ganz zurückgegangen. Glaub ich. Wieso ganz zurück? Ich bin grad ganz oben gewesen. Hä? Ich verwisste die Kunst. Okay. Hä? Das hab ich schon eingesammelt gehabt. Ach hier geht's weiter. Ja. Ah ich will es halten. Na Mädels. Folge in der Leichenspur. Ich geh leichen. Ich weiß nicht. Wie ist hier die Frage? Äh. Ja. Oh sehr gut. Bist du hier ne Leiche? Hier ist ne Leiche. Ja ich hab grad hier ne Leiche gemacht. Und hier wird ne Leiche. Oh da vorne ist ganz viele Leiche. Oh nein. Nein. Abbiegen. Wo kommt der von hier? Nein 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 nein. Oh. Oh mein Gott. Ach was. Sag grad kurz aus als hätte ich mitn Schwert verloren. Oh leck. Was geht denn da unten ab? Was ist das alles? Oh shit. Oh mein Gott ich brauch Hilfe. Oh mein Gott. Ich brauch auch. Bei mir ist auch extrem viele Ratten gerade. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin in der Ecke. Ich komme aus mir raus. Ich bin tot. LOL. Oh fuck, Alter. Ich bin auch tot. Zwerg ist auch tot. LOL, Alter. Wieso verkacken wir auf einmal so extrem? Alter, guck mal, wo ich war, Alter. Ich war hinterm Gitter. Ich bin nicht mehr weggekommen und da sind voll die Fette. Das ist das erste Mal, dass wir verrecken in dem Spiel. Ja, ich war plötzlich gefangen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich bin nicht mehr weggekommen. Das war zart. Ja, das war unerwartet irgendwie, weil ich jetzt nicht erwartet habe, dass da gleich so Fette auf... Ja, das ist vor allem zu stark, vor allem. Übel. Übelst. Oh ja. Glück gelaufen, darf ich sagen. Ja. Alter, dein E-Bot, der ist so stark wie diesem Hexenmeister da. Mit Hexenjäger, der schießt einfach alles weg. Das Bots teilweise stärker sind als wir, das ist... Haha, das ist sowieso nicht auf dem Game scheiße in dem Game eigentlich. Ich hab nie irgendwie die Best, also ich hab nie so MVP irgendwie. Nie. So selten. Ja, weil die KI hat teilweise öfter mehr Kills als ich und mehr Kopftreffer und was weiß ich. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll, außer draufhauen. Ich kann nichts anderes machen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie du das machst, traf ich nicht. Draufhauen, ne? Linke Maustaste spammen. Ja, das mach ich ja auch. Das ist es ja. Hilft aber nix, weil irgendwie, jedes Mal, wenn ich draufhau, Verrechnisse vor mir. Wie schnell das jetzt geladen hat. Krasser Scheiß. Sehr gut. So muss das. Und wieder von vorne. Haben wir dir die komische Kunst da jetzt eingesammelt oder nicht? Ne, das müssen wir machen. Das müssen wir jetzt mal wieder einsammeln. Schon? Ja. Ja. Geh ich mal ganz stark davon aus. Loll, seit wann es den Titel von da ist. Hä? Habe ich noch gar nicht da? Guck, ich bin gar nicht hinten. Ich war noch gar nicht da. Da waren alle drei Todes. Wollen wir nicht schlagen? Sind wir tot um? Ja. Das sind jetzt ganz andere Gegner. Ja. Komm. Ja gut. Dann kann ich mal gegen die Chaos Queer. Voll Unlochen. Das hat so eine gewisse Geschichte. Und ich dachte gerade, es ist ein Mist gegen welche Gegner du wo campst. Aber... Hä? War die Tür vorher aufschlug? Bomb? Oh, love me a good bomb! Hä? Hm. Woll, irgendwie... Sieht ja anders aus. Woll, hier ist auch eine Tür. Hier ist nur eine Munition drin und keine Bombe. Woll, ich hab die Türen vorher gar nicht gesehen. Oh, Kunst ist weg, okay. Komm. Woll! 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 Hier ist die ganze Uppspur! Ja. Nicht schlecht. Woll, hat man hier vorne geh nicht von dem... Von den Kampeln? Jaaaa, irgendwie ist das ganz anderes Grotte-Spiel. na gut dann rennen wir halt jetzt geht's los bleibt unten bleibt unten und ich bin hier wieder voll in der ecke sterbt sterb alle zusammen ja ich mach den sperr, der ist ganz wustig ja die kommen alle hoch, das ist nett du hast grad irgendwas markiert da unten leuchtet ein trank ich weiß gar nicht, hier bin ich vor und vor weg komm runter kann ich dich heilen du kommst mich heilen ok dann da liegt auch noch irgendwas da liegt noch ne druuuuuee ne druuuuuee und halt da liegt auch noch ein tronk aber ich glaub den hab ich schon ja ich komm jetzt mal zu dir achso wir müssen hier lang oder was ne wir müssen wieder hoch endlich oh gehen wir wieder rein oder was ja da kommen mal paar Leute hin oh hui eine einfach in die menge rein- проверzen piks 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 ok irgendwo ist ein neues Oh ne, da ist er, nicht gewesen. So, wo geht's denn hier weiter Arta hinten? Oh, doch wieder unten bei. Oh, ne. Kann da oben bleiben. Arschloch. Sorry. Ein bisschen schlechter. Kannst du aber die Augen offen halten? Wo ist er denn? Oh, ne. Verrückt. Der Rassassile macht nicht verrückt. Oh, jetzt bin wir. Ah, verwisst du den Gott. Oh, cool. Gehen wir da jetzt durch oder nicht? Hier hoch. Hier hoch und jetzt hier drücken. Verdächtiger Ziegelstein. Oh, der ist aber verdächtig. Mit Malerei oben. Was passiert? Ach. Ach, da ist es aufgegangen. Ich dachte hier oben geht was auf. Ja. Ja. Lol, Alter. Wie viel Schaden machst du? Oh, fuck. Wie schnell die schlagen auch teilweise. Ich bin immer gar nicht schnell. Runder. Die kriegen uns nicht. Jetzt hab ich F stand eh gedrückt. Na ja, wir haben mich nicht. Äh, Ruhe kommt die ist halt von oben runter. Schauen wir mal. Vielleicht sterben es ja alle. Hehehe. Auch hätte ich spawner von. Ja, kommt alle richtig. Ist doch da durch. Schill euch Booten. Achso, die sind schon halt tot. Ich weiß nicht warum ich das tue. Alter, hör auf. Ja. Total verrückt. Ich bin krank. Ich weiß. Hier ist wieder ein... Oh. Hier geht es vor. Ich habe irgendwas gedrückt. Ja, hier von mir ging ein Tor auf. Aber... Äh, ich geh hier lieber raus, bevor ich hier eingegriffen werde. Ah, die Ratten kommen wieder. Oh ja, stimmt. Das sind die andere. Ne. Alle beide irgendwie. Ja. Und du? Oh. Oh. Oh shit. So, jetzt noch das andere drücken. Oder auch nicht. Ja, wir sind wieder gekriegt. Dann drücke ich den hier mal. Ach so, das ist so ein Rätsel. Glaube ich. So, ich glaube ich brauche mal heil zu, weil... Ja, ich... Ja, ich... Obwohl, ne. Eins. Warte, dann drücke ich hier nochmal. Äh, ich bin mit... Was sieht was? Nee, hier über mir nicht. Sand fassen wurde ich! Oh. Hier ist halt noch ein Tor, wo wir sie aufkriegen müssen irgendwie. Warte, dann drücke ich nochmal irgendwo drauf. Keine Ahnung. Ich drücke dann hier nochmal drauf. Ja, hier geht was auf. Ja, hier geht was auf. Sehr gut. Oh, da hinten ist noch ein bisschen höher. Ja, herrlich. Ja, wir müssen ja drei Türen öffnen. Wo? Wo kommt ihr von her? Genau, jetzt müssen wir nochmal eins drücken. Jetzt bin ich die Runde. Weißt du, wo das ist? Ja. Dann drücke ich. Nee, hat's nix geöffnet, ne? Nö. Nioch. Nioch. Oh nein, oh nein, ich bin das ganze Land da unten. Naaah! Das KI immer dort ist, wo ich bin. Um mal den Pilz abzustauben. Jetzt! Jetzt geht's auf. Jawoll. Schön hast du das gemacht. Gut, ich habe irgendwie per Zufall irgendwas gedrückt. Oh meine Fresse. Mann KI, hör auf damit! Scheiss KI. KI! Sorry. Hahaha. Das kann ich auch. Scheiss KI. doch. Nein. Ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Aber ich bin nicht. das ist so maria halleluja ich hier raus das ist so lecker Hilfe oh shit das ist der big one das ist der big one boah ich hab's ich bin... ne ich bin nicht nein ich bin reingezogen nein ich bin vielleicht tot boah das war knapp ich drück mal F vielleicht find's ja was gut ich muss mich mal kurz halten glaube ich oh lol what the fuck alter es kommt einfach so ein Füchter her lol guck ich bin... boah alter lol alter ich bin nochmal Arsch ich bin sowas von dem Arsch mein Viech was küsst euch nein hinter mir hier ist Heilung hier hinten wo hab ich mal retten können boah man wie schnell drehst du dich um so ich bin komm mein freund hier hoch what the fuck einfach das Viech hinten am rücken treffen das ist so ein schwachstünder wow Wow! Sorry, ich werf da jetzt ne Bombe runter. Da oben gibt's was, nehm ich. Holy Shit, holy shit. Uuuh, haben wir das auch geschafft. Aber not bad, not bad. Haben wir gut gemacht, ich bin stolz auf dich, Max. Nee. Guck, 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 guck. Kann man hier irgendwas einsammeln oder so? Ach, das Heilungsding hast du geholt? Jaja, das hab ich gebraucht. Gut, dann laufen wir da jetzt mal weiter. Ich tue eigentlich viel zu selten meine Spezialfähigkeit hernehmen. Ich hab's jetzt einmal gemacht, aber... Ja, ich auch einmal, aber die kann man ja öfters hernehmen. Ja, ich weiß. Wo läufst du hin? Ich weiß nicht. Ich suche, wo es weitergeht. Ja. Was ist hier weiter? Moment, hier ist mal kurzer Durchgang. Ich gehe hier mal kurz dran. Hier ist hier irgendwas. Vielleicht finde ich hier aber irgendwas... Verstecktes. Ich weiß nicht, ich glaub da geht's weiter, oder? Hier ist Verbandszeug und Munition. Gut, ne, hier ist nix. Ne, wir sollten das nicht trennen. So, was geht's weiter? Vorsicht! Ich krieg's den Verbandszeug und Munition. Lol, die KI. Ich hol mir da schnell, Verbandszeug und Munition. Ja. Wo ist ne Verbandszeug? Achso, das Verbandszeug hast du mitgenommen. Da müsste aber noch was drin liegen. Äh.. Wir hol' ich ihnen Munition und dann muss ich's gleich verbraten wegen so'ne komischen Tante. Dann würde ich mal sagen, ich runter. Yaaaaay Hello So, die Bombe haben wir gerufen Yaaaaay Oh kack, ich bin gleich tot Ciao, ich bin tot Oder? Wo bist du denn überhaupt? Überlebt ich mich Oh, da kommen ganz viele runter Ich hab mal F gedrückt, Spezialfähigkeit nicht vergessen Ah, sehr gut Oh, wir haben es überlebt Cool, aber jetzt bräuchte ich mal eine Heilung, wäre schlecht Ja, bleib mal stehen Oh, das ist ein Schätzlein Oh, sehr schön Guck mal, was es hier noch zu sammeln gibt Da hinten gibt's irgendwas Uuuuuhh, nein Aber der Hexeneck ist echt stark Ja, geh mal Hintenlange Ich hätte hier jetzt mehr erwartet, weil so viele Löcher halt Ja, die KI, die regelt es alleine, ey Ich mach gar nichts Ja, ich auch nicht Die ganzen Liede Gegner KI schaut her, duut KI ist so stark Ja, die KI können es fast alleine schaffen, alles Eigentlich schon, ja Aber wenn man echt vier KIs einstellt, dann würden die automatisch echt durch Wir brauchen überhaupt keinen echten Spiele rein Wir brauchen das Zeug, was du überhaupt brauchst Ah, ja Mitnehmen oder so Mach ma, mach ma Da hinten wäre, wo Panzer Zeuge So, mach ma Ach, ich muss doch wiederbeleben wo alle viele alle die kriegung unbedingt hilfe legt mich am arsch wie viele kommen denn da noch so gar nicht mitbekommen dass sie von oben kommen werde ich auch nicht so richtig vor sich Das sieht echt schon ganz nett aus, das ist vorher. Zwei dumme, ein Gedanke. So, mal schauen, ob da hinten was ist. Ja, eine Truhe. Eine leere Truhe. Was ist hier? Ein Foliant! Jawoll. Wir haben einen Folianten gefunden. Sehr geil. Geil, was auch immer das ist. Da kriegt man ja mehr Punkte am Schluss. Cool. Und da gibt es immer 3 in einem Game, oder was? Ja. Die sind immer gut versteckt. Bei den Projektlevels haben wir nicht einmal was gefunden. Aber so geil war das jetzt gar nicht versteckt. Das nicht, ne, darum haben wir ja jetzt. Die anderen Level haben wir gar nichts gefunden. Da ist ein Medic. Den musst du nehmen, ich habe einen Folianten. Nein! Oh, du Sackgesicht! Aber da ist noch einer, oh Gott sei Dank. дl ohhhh saug Cào. Oh mein, Alter, ja. Oh mein, Alter, ja. 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 Was ist denn da dran? Ja. 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 Achso, nee, das haben wir schon mal ausprobiert, ob man runterfallen kann, ne? Nee, das ist dann am Rahmen fest. Ja. Oh, hier ist eh schon der Ausgang, oder wie? Unterbricht hier das Retour. Na, guck mal, kommst du da hoch? So, kann mal gut. Ich hoffe mal, dass das jetzt so wichtige Entscheidung ist, dass ich links rumgehe. Also bevor ich da jetzt runterlauf, warte ich erstmal bis du kommst. Gut. Äh, lol. Wir müssen mal reinspringen. Ja, ehrlich? So, aber ich kann keinen Schaden machen. Bleibe innerhalb des Radius. Aber was machst du mit? Ja. An den anderen? Bleibe innerhalb des Kreises, also. Müssen wir nachher zu kommen, die haben es ein Viech? Nee, einfach überleben wahrscheinlich jetzt. Wie kommen sie denn? Hä? Ja. Wann zum Schluss kommt wahrscheinlich so ein fettes Viech oder was fetten? Ja, wahrscheinlich. Und das im kleinen Bereich. Ja. 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 Ich konnte irgendwas aufnehmen. Ich glaube ich hab's aufgenommen, aber ich bin mir nicht sicher. doch. Du sagst ja! Komm her! szirb, stirb, 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 stirb,! stirb, 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 stirb. Oh, ich kann den immer nicht mehr. Immer mehr von den Rappen, ja. Vorsicht, da ist so ein... Oh nein, ich bin gleich tot. Kannst du mich irgendwie heilen oder sowas? Ja, könnte ich. Wo bist du denn? Nein, ich bin schon da. Ich geh grad so langsam mal um. Oh, dankeschön. Ich hab dich nicht geheilt, aber egal. Hm, da hat mich irgendjemand anderes geheilt. Oh nein! Ähm, was? Was? Fick, hallo? Was ist das denn grade? Was geht denn grad ab? WTF? Alter, ich bin gleich tot. Stirb halt endlich, meine Fresse. Der Zwerg, wenn der da drin ist, den sieht man gar nicht. Ja, komm, raus. Ach so, geh weiter. Geh was, was die Ammunition du kannst. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich noch mal freck. Ah, jetzt stehe ich ja schnell entkommen, also müssten wir eigentlich die Mission abgeschoben haben. Ja, da ist schon. Ja, da ist dein 성ript darin. Woaa, woaa, woo, ooooh, 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 ooooh. Ooooh, 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 ooooh. Ooooooh, ooooh, 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 ooooh. Jawoll. Neiice-so, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Punkte man kriegt, wenn man so eine Folie antelnimmt nimmt. Zynode! Der ist zu weit! Mhm, mhm, alles klar. 40, okay. Na ja, gut. Ja gut, viel Beutewürfel, das ist so. Schon in Achtung. Verkauf geschlossen. Foliant, Beutewürfel. Dramat, geh schon. Nur Foliant bringt richtig viel im Korn! Hat den Balken richtig nach oben getrieben. Koffer des Händlers... Na gut, irgendwie war das... Die Beute war das grad nicht so doll irgendwie... Eliten getötet hab ich 15, jawoll! Jo...... Nääääss Nice. Zurück zur Festung. Gehen wir mal zurück zur Feste. Die verbleibende Zeit ist 2-1. Eigentlich haben wir jetzt Akt 1 abgeschlossen. Nein. Nein, noch nicht. Nein. Öffne mal alle Drüsen. Nein. Nein. Öffnen. Ach, ich habe eine zweite Lohn gehabt. Inventory. Oh, ne, warte. Ich kann erstmal da hinten gucken, ob ich da irgendwas abgeschlossen habe. Ausforderungen. Gegner, Gegner. Lalalala. Lohnung. Ach so. Ach da. Lohnung abholen. Ja, Anerkennungsdruck. Okay. Die öffnen wir auch noch schnell. Inventory. Geil. Geil. Die nehmen wir. Da habe ich noch die da. Ja, die macht mehr Damage. Nehmen wir die da. Da haben wir eh das Maximale eigentlich. Was haben wir denn da? Ui. Warum mache ich das? Plus 4 Angriffskraft. Hä? Dann nehme ich das da. Und da geht... Oh, ja. Da geht was. So, ich bin neu. Was ist denn das? Ja, ich weiß ja nicht. Aber wenigstens mache ich auch nicht Damage. Gut. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hopp. Ciao, ciao. Ciaoiii.